Hallo liebe NachtschwärmerInnen, live aus den Wildwood Studios in Düsseldorf, Zeitgeist und Wunderlich, Musik, The Bugs. Und hier sind sie, ihre beiden Moderatoren Carsten Wegner und Jan Wellnitz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zeitgeist und Wunderlich. Ich bin Wunderlich. Und ich bin der Zeitgeist, grüße sie, hallo. Das klang jetzt gerade ehrlich gesagt ein bisschen wie so eine Lehrerin, die so eine Schülergruppe am Morgen begrüßt. Oder andersrum, nein, man hat immer die Lehrer so. Guten Morgen, Herr Schmidt. Ja, ja, ja. Hat ja auch irgendwie so leichte... Das war meine erste Anmoderation, ne? Ja, richtig. Überhaupt. Nee, schön, schön auch. Ja, wie geht's dir, ist die Frage. Wir sind hier, wir kommen hier so am Montagmorgen frisch in die Woche reingeschossen. Und bist du denn auch so frisch? Das ist ja hier die große Frage. Ich habe Schmerzen überall. Schmerzen überall. Alles Aua, Scheiße, Rückenarsch, Kniearsch, alle kaputt. Ja, aber wie kommt's? Was geschah? War Karneval. Karneval lag dazwischen, ne? Karneval hat mir schwer zugesetzt. Ja, kenne ich das Thema. Geht mir nämlich sehr ähnlich. Also man merkt's, ja, a, ein bisschen an meiner leicht belegten Stimme. Deinem glasigen Blick. Ja, richtig. Dem faulen Geruch aus deinem Rachen. Auch das wurde mir heute aus dem näheren, sag ich jetzt mal, Bekannten, Freundes- und Familienkreis auch schon mal so ein bisschen gefeedbackt. Ja. Also das ist da wohl doch auch, ja, die Fahne, die Fahne war vorhanden. Ja, auf Halbmast. Richtig. Jans Fahne auf Halbmast. Ja, ne, tatsächlich, weil ich war unterwegs, ja, Freitag und Samstag und ich muss sagen, insbesondere Samstag ist es wohl etwas länger geworden und ich spür's, ja, also, ja, also wie gesagt, die Fahne hängt auf Halbmast. Ich hab auch ehrlich gesagt das Gefühl, also meine Schulter, ja, die fühlt sich eher so an, als sei die vielleicht heute Nacht auch mal ausgekugelt worden, ja. Und da hab ich mich aber gefragt, was war die Story dazu? Das kann ich dir auch nicht erzählen. Ich wär gern dabei gewesen, ich hätt sie dir reponiert, wie er ja so schön sagt, aber ich kann es nicht. Ich hatte die ja schon mehrfach ausgekugelt, ne? Das hast du jetzt bis jetzt in jeder Folge gesagt. Ich weiß, aber ich möchte immer wieder gerne darauf hinweisen. Also ich finde, das könnte auch so ein bisschen der rote Faden werden, der sich durchzieht, dass ich jede Woche immer wieder davon kurz nochmal erzähle, ne? Ja, mach das. Ja, ja, nein, also weil beim ersten Mal, ja, als sie ausgekugelt wurde, hab ich mich ja dann in die fachmännischen Hände da begeben im Krankenhaus und da gab es aber so einen Spezialarzt, der das sehr gut konnte, ja, und der hatte aber dann gerade keine Zeit. Der war im OP und dann hat dann da so ein anderer Hiwi da an mir rumgedoktert und im wahrsten Sinne des Wortes rumgedoktert, weil er hat dann gesagt, ja komm, der Chef ist gerade im OP. Das geht auch homöopathisch, Herr Wellner. Der hat gesagt, nee, ich versuch's mal. Und wenn man von Ärzten einen Satz nicht hören möchte, dann ist das ja, ich versuch's mal. Was hat der gemacht? Der hat dann einfach so die Stuhllehne, hat der einfach so hoch gemacht und hat dann da meinen Arm drüber gelegt und hat dann angefangen, den Rand zu ziehen. Ja. Und hat gehofft, das springt wohl wieder rein. Turns out, nee. Nee, hat nicht. Hat gar nicht geklappt. Ja, schade. Gar nicht geklappt, sah schmerzhaft aus, war's auch. Ja, nee. Du bist ein sehr starker Mann. Danke, danke, dass du's mir nochmal so sagst. Ja. Ja, das brauchte ich. Ja, also ramponiert, aber erzähl du, du warst in Köln auch unterwegs. Ich war auch in Köln unterwegs. Ja. Ja, ähm. In Köln, in Düsseldorf. In Düsseldorf. Hast du, also du, man muss ja jetzt kurz nochmal sagen, du warst ja unterwegs als? Äh, als Hugh Hefner. Ja. Und als Clown. Als Hugh Hefner und als Clown. Ja, leider ja nicht als die Liebesgrotte. Nee. Der Playboy-Menschen. Ja. Aber, vielleicht könnte das ja noch ein Projekt werden für nächstes Jahr, ne? Ich werde Clown, das ist das Einfachste. Da kriegst du auch keine Bademeister-Kommentare gedrückt. So war das. Also das wurde dir gefeedbackt, ja? Dass du, ähm, ja? Ja. Bademeister. Ja. Aber vielleicht geben wir... Aber ich hatte einen roten, weißt du, also so einen roten Bademantel und so ein bis zum Bauchnabel aufgeknöpftes Hemd an. Also welcher Bademeister zieht sich denn so an? Weiß ich jetzt auch nicht. Also ist nicht... Ja, mal so ein Bademeister im Saunaclub. Der so mit so einer Kapitänsmütze vor allem auch um die Ecke kommt. Ja, genau, ja. Und der dann aber gleichzeitig auch für den nächsten Aufguss verantwortlich ist. Ja. Kommt so einer rein, ne? Mit so einer Kapitänsmütze in die Kräutersauna. Genau, Aufguss und Erguss. Ja, stark. Ansonsten hast du irgendwelche spannenden Kostüme gesehen? Ja, und zwar sehr stark fand ich, also da ist ein Gruppenkostüm, war Obstteller. Obstteller? Ja, da war jeder eine... Eine andere Frucht. Genau. Und dann ein Kumpel von denen, der war zu spät dran, da ist wohl keine Frucht mehr übrig geblieben, dann ist der als Fruchtfliege gegangen. Das finde ich schwer witzig. Er hatte auch so vier Arme halt und Flügel und so. Der war gut. Ja, in meinem Fall wäre das wahrscheinlich dann eher so ein faules Obst auch, ne? Passiert schon mal. Ja. Gerade beim Thema Zitrone, da kaufe ich immer viel und dann kann das aber auch schon mal, die haben ja sehr verschiedene Stadien dann auch, ne? Ja. Also aus einem knalligen Gelb wird dann so ein tieferes Gelb, wird irgendwann eher so eine Art Orange und dann kommt irgendwann auch noch so ein weißer Saum dazu. Ja. Ja, das wäre vielleicht dann mein Kostüm. Verschimmelte Zitrone. Okay. Für nächstes Jahr. Also das wären so die Angebote, verschimmelte Zitrone, Grotte der Playboy-Menschen und ich könnte mir aber auch dann einfach direkt Bademeister vorstellen. Aber ich würde den ja ganz anders inszenieren, glaube ich. Ich auch, ja. Nö, ne, also das wäre vielleicht... Aber das ist vielleicht erst dann für nächstes Jahr. Für nächstes Jahr, natürlich. Also dieses Jahr ist für mich eh karnevalistisch der Zug abgefahren. Du willst ja morgen nochmal richtig angreifen, habe ich gehört, ne? Ja, ich möchte gerne nochmal auf den Rosenmontagszug. Hier in Düsseldorf. Ja. Wie ist es dann? Dann sammelst du auch Kamelle ein? Wenn ich Hunger habe, ja. Sobald ich Unterzuckerung spüre, dann, ja. Hebst du das ein oder andere Bonbon dann doch nochmal auf. Genau. Aber ansonsten, es macht zwar Spaß, aber ich brauche jetzt auch irgendwie wieder so eine kurze Sofa-Phase. Also wir haben ja in den nächsten Wochen ein paar spannende Gäste. Richtig. Und da werde ich mich intellektuell mal drauf vorbereiten und mich aufs Sofa legen und lesen. So. Erstens das und zweitens auch die Ruhe, die nötige, ne? Du brauchst auch die, nicht nur die inhaltliche Vorbereitung, sondern auch die mentale Vorbereitung. So ist es, ja. Ja, wunderbar. Ja, ich war ja außerdem groß wandern, ne? Ich war aktiv wieder mal, Aktivurlaub im Allgäu. Und da können wir, glaube ich, auch schon einen guten Schwenk jetzt machen, nämlich zu unserer HörerInnen-Frage der Woche, ja. Hast du den Jingle noch dabei? Äh, warte mal. Haben wir den noch? Ich muss mal kurz kramen. Ja. Ja, da ist er. Wunderbar. Dann würde ich sagen, fahr ihn doch mal ab. Der Jingle. HörerInnen-Frage der Woche. Ja, und jetzt sind wir hier, mittendrin in der Kategorie HörerInnen-Frage der Woche. Und wir haben hier zwei tolle thematische Fragen bekommen, die nämlich abzielten auf Posts, die diese Woche gelaufen sind. Denn du warst in der Therme, ich wiederum war im Allgäu. Und wir können gerne einmal mit deiner Frage starten oder der Frage, die sich auf dich bezieht. Denn, äh, hier wurde jetzt gefragt, ja, kann, du warst nämlich, äh, würdest dich fotografiert, ja, mit ein paar, wie sagt man, ähm, ja, so Klamottenbügeln. Ja. Mit der Anmutung, du würdest im Schrank sitzen. Im Spind. Ja, man darf ja keine Bilder machen in der Therme. Ja. Was mir ja auch, also leuchtet mir ein. Leuchtet mir auch ein, ne? Ähm, du hast gesagt, ja, hast mal so salopp mir gesagt, schick mal Bilder aus der Therme. Ja, das, äh, dann hab ich es ja, ja. Es war auch eigentlich weniger jetzt für Instagram gedacht, sondern ich wollte das nur mit meinem, mit meiner Spanner-Community teilen. Ach ja. Bin ja ja da in verschiedenen Facebook-Gruppen auch aktiv, ne? Ja. Mhm. Nudistenfreunde Düsseldorf e.V. Ja. Ja, ich wette, das gibt's. Ja, klar gibt's das. Also ich mein, es gibt für alles ne Community. Ich hab jetzt erfahren, es gibt ne TikTok, also auf TikTok gibt es Frauen, die, die lehnen, also Schwangere, die lehnen das Ultraschallbild ab, weil die behaupten, das wäre schädlich fürs Kind. Ah, okay. So. Und das ist, das ist ein viraler Trend. Viral, glaub ich nicht, aber es reicht ja, wenn das vier Leute machen. Ja. Und sich gegenseitig unterstützen und dann wirkt das ja schon wie so ne... Ist ne Community. Ja, ist ne Community, klar. Ja, ich... Da ganz, ganz frei raus, nach dem Motto, so drei sind ne Gruppe. Ja. So, ne, in einem Kreis ist mir jedes, jeder Winkel recht, ne? Also so jetzt inhaltlich bezogen, ne? Ja, stark. Ja. Jedenfalls, du warst in der Therme, ne? Hast da, wie gesagt, nur in der Umkleidekabine dann deine kleinen Spannerpics gemacht. Von mir selbst. Von dir selbst, richtig. Auto, wie nennt man das dann, Auto-Voyeurismus. Richtig. So, und dann jetzt kam die Frage auf, weil... Weißt du was, gibt's auch Leute, die sich gerne selbst heimlich fotografieren? Ja. Aber halt noch dann irgendwie trotzdem mit diesem halben Gefühl des Etappwerdenkönnens, ne? Also, weißt du, wie ich mein? Also mit dem gleichen Thriller. Ja, ich stell mir das zwar schwierig vor, aber... Das für sich selbst so zu inszenieren. Ja, aber ich stell mir halt auch schwierig vor... Man kann ja einfach auch mit Selbstauslöser die ganze Zeit dann fotografieren. Ja. Oder einfach laufen. Ich stell mir generell viele Dinge schwierig vor, aber ich bin auch körperlich und mental nicht in der besten Verfassung aktuell. Ich bin ja sogar schon kurzatmig vom Atmen. Ja, kenn ich. Man hört's auch. Okay, was war da... So, jetzt die Frage. Wir müssen hier auch mal ein bisschen Dampf jetzt reinkriegen. Schaff ich nicht. Ich schaff keine Woche im Spind zu überleben. Nein, warte, jetzt hast du die Frage vorweggenommen. Also die Frage ist, ja, aber für die, die jetzt nicht hier bei uns sitzen, sondern die uns in erster Linie zuhören, ist die Frage, könnte Carsten eine Woche im Termspind überleben? Nein. Sagst du nein? Nein. Nee, ich kann ja nicht mal... Aber was müsste denn gegeben sein, damit du es schaffen könntest? Also wenn du jetzt vielleicht sagst, ich will auch mal ins Guinness Buch... Ja, der Spind müsste eine Grundfläche von, sag ich mal, 60 Quadratmeter haben. Das ist unrealistisch. Ja, also, dann frag doch nicht. Aber vielleicht könnten wir wirklich mal schauen, was sind denn die Bedingungen, um einen Eintrag anzumelden, ein Rekordversuch beim Guinness Buch der Rekorde. Ja, also, ne, der erste Mensch, der eine Woche lang in einem Termspind überlebt hat. Ja. Also, ich würde mir das mal anschauen, bis nächste Woche, ob wir das durchbekämen und dann kriegen, dann schauen wir mal, wie wir dich da fit bekommen. Okay, wenn du da... Aber ich glaube, ein Antrag kostet auch Geld beim Guinness Buch. Ja, ja. Das ist gar nicht so billig. Ich meine, wenn du das alles bezahlst und organisierst und meinen Freunden und meiner Band erklärst, warum ich jetzt eine Woche lang nicht keine Musik machen kann... Ja, aber das ist ein wichtiges Projekt. Wenn du das alles machst, dann bin ich dabei. Dann setze ich mich da auch gerne eine Woche in einen Spind rein. Ja, man muss nur gucken, dass die Füße nicht einschlafen, ne? Das kann natürlich ein Thema sein in so einem Spind. Und es einem nicht langweilig wird. Ja. Also, man muss auch schon gucken, dass das Entertainment-Paket auch stimmt. Ich spiele mir an den Füßen rum, das reicht. Schlafen die nicht ein und die ist nicht langweilig. Zwei Fruchtfliegen mit einer Klappe geschlagen. So. Gut, nächste Frage. Ja, also die ist ja dann scheinbar erschöpfend behandelt, ne? Weil du sagst, im Grunde genommen, du würdest es schaffen... Wenn du alles organisierst, ne? Wenn ich alles organisiere. Klar, ja. Und gleichzeitig kämpfst du auch noch irgendwie ins Guinness Buch der Rekorde da mit. Das wäre auch lustig, ja. So. Ja, kann auch nicht jeder von sich behaupten. Die nächste Frage musst du aber auch vorlesen, weil ich verstehe die einfach gar nicht inhaltlich. Naja, es ging darum, ich habe ja mehrfach kokettiert damit, dass ich mein Comeback feiere. Ja, auf der Skiflugschanze. Weil viele wissen es ja, ich habe ja in meiner Jugend war ich ja leidenschaftlicher Skispringer. Das stimmt überhaupt nicht. Ja, kannst du mir das Gegenteil verweisen? So. Okay, also du warst Skispringer. Bin ja oft in Willingen auf den Matten unterwegs gewesen. Und jetzt war die Frage, könnte ich es schaffen, ein Comeback auf der Skiflugschanze hinzubekommen? Kann ich mich da fit machen dafür? Also ist ganz klar, da müssen ein paar Kilos runter, weil als Skispringer, da muss man drahtig sein. Ich würde dich aber als durchaus drahtigen Typ... Ja, aber das sind nochmal himmelweite Unterschiede. Guckst du dir an die Skispringer, also das ist nochmal eine ganz andere Gewichtsklasse. Also ich bin eher gerade in der Form Eddie the Eagle, glaube ich. Ist dir das ein Begriff? Ja, das ist mir ein Begriff. Ist halt ein Kult. Ja, Kult-Skispringer Eddie the Eagle. Also war der Australier, ne? Ich glaube Brite. Ja? Ja, ja, ja. Und ja, ich glaube der war so in den 80ern, Calgary 88 bei den Olympischen Spielen. Also du kennst dich aus. Da hat er teilgenommen, ja klar. Alter Skispring. Alter Kollege eben, ne? Ja, ja, ja. Genau. Und ich... Der Schanzengott. Genau. Hat er einen ordentlichen Telemark hingezaubert, ne? Ja, wobei ich glaube den hat er jetzt weniger hingezaubert, Eddie the Eagle. Weil der war eher dafür bekannt, doch A, ich glaube für seine etwas extra wargante Springtechnik. Hat sich glaube ich auch des Öfteren dann mal hingelegt. Und ja, durchaus auch eher kürzere Sprünge. Also das war eher so Kategorie 40, 50 Meter. Ach ja. Also das kriegen wir... Also das kriegst du hin. So, und das wäre die Frage, ne? Ja, klar. Also Skiflug-Schanze, normalerweise sind das ja so weit und so 200 Meter plus. Und ich würde mir jetzt mal ganz selbstbewusst zutrauen, so die 30 Meter schaffe ich vielleicht. Echt? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, du musst ja überlegen, Eddie the Eagle, die hatten ja auch da in den 80er Jahren ganz andere technische Voraussetzungen. Also ich denke jetzt mal an das Material. Richtig. War noch gar nicht so aerodynamisch alles, ne? So, ja. Die hatten ganz anderes... Die haben auch anderes Wachs verwendet damals. Und ich meine, diejenigen... Die haben ja noch mit Bienenwachs wirklich gearbeitet. Das muss ich jetzt hier zusehen, ne? Ich meine, der Mann, der... Herr Wellnitz, der schläft doch im Windkanal. Ja. Du bist doch ein Kind des Windkanals. Also... Ja, sagt man ja so. Ja, richtig. Ja. Also du sagst ganz klar, du traust es mir zu. Finde ich schon mal top. Ich hatte auch das Gefühl, die Community traut es mir zu. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie kriegen wir es umgesetzt? Jetzt... Übrigens lustig, wir haben dazu auch schon eine kleine Abstimmung ja gemacht. Und da hat auch tatsächlich ein Skispringer drauf geantwortet. Ja. Also das fand ich auch toll. Und dann bin ich kurz auf sein Profil gegangen und hab festgestellt, er ist nämlich Vorspringer bei der Vierschanzentournee. So, und wenn der mir das doch schon zutraut. Also da... Oder? Also da muss man doch sagen... Jetzt spiel hier nicht die... Du nimmst das echt auf die leichte Auskugelschulter, ne? Ja. Ja, genau. Ja, das könnte natürlich sehr leicht passieren, ne? Dass ich mir da... Beim... Im Flug, ja. Im Flug die Schulter ausgeguckt. Kommt man damit vielleicht auch ins Guinness Buch. Weißt du, dann bist du wie so ein Helikopter, kommst du dann runter, so. Oder so ein Blatt. Ja. Es ist eine tolle Vorstellung. Ja. Normalerweise kennt man bei mir höchstens den Tornado, den ich ja gerne auch mal hinlege mit der einen oder anderen Flasche Bier. Dann, wie gesagt, Tornado in der Luft. Ja. Ja. Also können wir beide Fragen mit einem Ja beantworten. Ja, definitiv. Toll. Ja, und damit würde ich sagen, verlassen wir dann auch schon die HörerInnenfrage der Woche und zischen direkt weiter. Denn es ist mal wieder Zeit für... Richtig. Die politische Woche. Falsch. Panorama. Also, hau ihn rein in den Jingle, mein Lieber. Der Jingle. Panorama. Ja, und hier geht es vor allem erstmal um den Wiener Opernball. Der hat nämlich jetzt wieder stattgefunden. Und wie das jedes Jahr ist beim Wiener Opernball, da waren natürlich Promis unterwegs ohne Ende. Wer war denn so dabei? Du hast doch hier eine groß angelegte Recherche gemacht. Ja, ich wollte eine groß angelegte Recherche anlegen. Aber? Aber. Und ich habe das Gefühl, dass seitdem ich jetzt hier mit dir diesen Podcast moderiere, seitdem läuft mir immer wieder diese Pfeife Oliver Pocher über den Weg. Ja, der verfolgt dich jetzt einfach. Der verfolgt mich jetzt inhaltlich. Und ich kriege so einen Hass. Hass? Zu starke Wörter werden hier verwendet. Ja. Ich würde so weit gehen. Okay. Ich kriege wirklich. Also, da kriege ich ein Tropischen. Was? Ein Tropischen? Ein Tropischen. Was ist das? Ein tropischer Anfall oder was? Ja. Naja, habe ich auch noch nie gehört. Also, ich habe auch überlegt. Machst du das jetzt wie letzte Woche? Weil, ich meine, das Thema Auto ist eine Herzensangelegenheit. Übrigens, da gab es auch auf jeden Fall viel Feedback zu deinem Autorage. Viele Leute, die gesagt haben, fühlen wir. Ja. Ja, freut mich. Vielleicht ist das so eine eigene Community, die du da gerade angestoßen hast. So, Anti-Auto. Genau, die Anti-Auto-Community. Ja, aber halt nicht so aus Umweltschutzgründen, sondern wirklich einfach nur, weil es nervt. Also, wenn ihr Bock habt, meldet euch. Ich bin dabei. Facebook-Gruppe ist schon gegründet. Schon lange. Oder Reddit. Reddit-Stream. Ich finde, das ist ein Thema für Reddit. Nee, nee, Facebook-Gruppe. Ja? Geschlossen. Ja, du musst auch erst so Sicherheitsfragen beantworten. Bewerbungsschreiben musst du aufsetzen. Warum findest du Autos doof? Ja. Dann musst du drei Gründe nennen. Ja. Ja, und also, siehst du ja, sehen die Leute dann ja. Ja, genau. Einfach. The rest is history. Autohasser. Bei Facebook. Einfach mal reingeben. Ja, und dann habe ich halt überlegt. Also, Oliver Pocher läuft mir immer wieder über den Weg. Und alles, was ich über ihn lese, alles, wo ich irgendwie seine Wortbeiträge mir anhören muss, aus Recherchegründen, das macht mich so aggressiv, der Typ. Ja. Weil der ergibt, also, der Mensch, ist blöd zu sagen, aber die Figur, das ergibt einfach keinen Sinn. Nein, also, wir haben ja auch eben kurz im Vorgespräch darüber gesprochen. Und ich muss auch sagen, für mich ergibt vor allem gar keinen Sinn, dass dieser Typ es irgendwann mal geschafft hat, sich so lang und nachhaltig in den Medien zu platzieren. Also, dass der einfach da ist. Also, dass der eine Daseinsberechtigung hat. Weil ich verstehe es einfach nicht. Der ist so unfassbar unscharmant. Ja. Seine Gags haben halt so Pointen, wie du die halt bei lachdichlustig.de findest irgendwie. Und die ganzen Aktionen, die der Hype bringt, auch mit seinem aktuellen Bühnenprogramm, also die Reaktionen auf. Ja. Das ist einfach alles total, so Wendler-Style irgendwie so. Ja, und über den hat er sich doch damals lustig gemacht. Ja, auch, ja. Unter anderem dadurch ist er doch erst wieder so in die Öffentlichkeit zurückgekommen. Weil er war ja weg vom Fenster. Ja, also irgendwie. Zu Recht, ja. So, und dann hat er ja während Corona damals mit Amira angefangen, irgendwie sich über InfluencerInnen lustig zu machen. Also das war so sein großes Comeback-Programm. Und unter anderem eben auch über den Wendler. So. Und das ist wirklich eine gute Frage. Hat er sich quasi selbst zurückgewendelt? Ja, bei mir stellt sich die Frage, wer von den beiden ist wirklich bescheuerter? Ja. Pass auf. Gibt, oder haben die so ein Endstadium, der bescheuert, der Doofheit erreicht, irgendwie. So. Ey, wenn Oliver Pocher irgendwie jetzt auch noch Verschwörungstheoretiker wäre, weißt du, bei dem wäre das halt nicht mal so, ey Leute, ihr müsst aufwachen. Sondern der würde das halt so ganz selbstverständlich nehmen. So, ja, nee, klar. Also wir werden hier alle, die beobachten nämlich die ganze Zeit. Überall. Die Echsenmenschen, natürlich. Ja, ja, nein. Aber übrigens, da auch vielleicht mal ein kleiner Aufruf an die Community. Vielleicht übersehen wir ja irgendwas bei Oli Pocher. Ja, gerne. Gebt uns doch bitte mal Bescheid. Was ist es? Was haben wir übersehen? Was zeichnet ihn aus? Warum hat er seine Daseinsberechnung? Ich habe auf jeden Fall, ich habe gedacht so, okay, pass auf, hier, Oliver Pocher ist wieder beim Opernball. Ja, da war er nämlich. Aber nicht alleine, sondern mit Sandy. Sandy Meyer-Wölden. Seiner jetzt ja neuen Podcast-Partnerin. Ja? Ja. Ja, weil er hatte doch den Podcast zusammen mit Amira. Dann kam ja die Trennung, dann haben sie es noch in ein paar Folgen probiert. Dann kam aber ja die Lesion mit dem Glücksguru raus und da war Schluss mit dem Podcast. Und er hat aber gesagt, er macht weiter. Und da hat er sich die Sandy dazu geholt, die ja auch eine Ex-Partnerin von ihm ist. Und da ist übrigens gerade die Frage, gibt es ein Liebes-Campback? Ja, bleibt zuhause. Interessiert mich nicht. Ich will nichts mehr von ihm lesen. Sein letzter Hit, der macht ja Musik, ne? Ja, hat übrigens ja auch mal einen WM-Song sogar gemacht. Darauf wollte ich gerade hinaus. Ja. Der letzte WM-Song war Hurra, Hurra, wir fahren nach Katar. Ah ja, okay. Und da geht er so auch extrem oberflächlich, formuliert er da die Kritik an Katar. Aber um es zusammenzufassen, er sagt einmal, dass die Frauenrechtslage da nicht so optisch ist und dass es da kein Bier gibt. Und da ist ja wirklich auch die Frage, was ist schlimmer? Ja, wenn ich jetzt aus seiner Perspektive, ja. Klar, zweiteres. So. Jedenfalls, der war auf dem Opernball. Oder auch andere, da waren ja wieder die Promis, ja. Wahnsinn. Du hast dir vor allem dann aber auch, glaube ich, die Looks angeschaut. Irgendein Kleid, was dich umgehauen hat? Ja, das Rote, das fand ich richtig klasse. Und das Grüne, das war auch super. Ja, das Maraggrün war das ja, ne? Oh ja, wie ein Edelstein, hat das geschimmert. So, und wer war aber auch da? Weil es gibt ja bei einem Opernball immer so einen Stargast. Priscilla Presley. Richtig. Und dieses Stargast wird ja dann immer von, wie heißt der noch mit Vornamen, Richard Lugner? Ja. Heißt du ja Richard Lugner? Nee, weiß ich nicht, der Lugt. Mörtel. Die Freunde nennen ihn Mörtel, Mörtel Lugner. Warum, weil er so ein harter... Nee, ich glaube, er hat... Ja, weil er so... Mit dem Mörtel ist er ja geschäftlich so erfolgreich geworden. Er hat ja einen florierenden Mörtelhandel. Und ich glaube, daher kommt auch wirklich der Spitzname. Ah ja. Freunde nennen ihn Mörtel. Ja. Und jedenfalls, der wird dann von ihm immer präsentiert. Und in diesem Jahr war es eben Priscilla Presley. Übrigens bei der Recherche, danke auch da nochmal, ganz liebe Grüße, an unseren lieben Freund, den Herrn Baxter. Der hat uns nämlich mit einem tollen Video versorgt von Lugner, der, wie gesagt, auch die Lugner City ja betreibt. Also ich war noch nie da, aber ich stelle es mir so ein bisschen so vor, wie so ein überdimensioniertes Einkaufszentrum. Und da gibt es nämlich jetzt auch ein neues mexikanisches Restaurant. Authentischer wird es nicht. Ja, weil das hat er dann in einem tollen Insta-Video präsentiert. Ich sage nur, der Schlusssatz war... Geh mal Carlos, geh mal Lugner. Bitte, bitte auch mal gerne reinschauen. Ja, Priscilla Presley war da. Was wissen wir über sie? Ja, die... Ex-Frau von... Von Elvis. Von Elvis, ne? Ja, nicht der Elvis aus Hallo Spencer. Nein. Sondern von Elvis Presley. Elvis Presley, genau. Der Jailhouse Rock gesungen hat. Unter anderem. Ja, natürlich, dem King of Pop. So, und ja, das wiederum gibt uns ja hier die Chance zu einer grimme, preisverdächtigen Überleitung. Denn, wer hat sich denn dieser Tage auf Elvis Presley berufen? Ich weiß nicht, müssen wir jetzt... Ich habe gerade so einen Anfall von... Müssen wir nicht jetzt eigentlich die politische Woche abspielen? Eigentlich ja. Eigentlich ja. Ja, aber das sind ja immer... Das haben wir auch schon früher... Okay, ich sage ganz schnell, wer es war und dann machen wir den Jingle an. Ja, okay. Donald Trump. Zu mich ein. Die Rente ist sicher. Ladies and Gentlemen, we got em. Das dritte nach meiner Händnis ist das sofort. Unverzüglich. Die politische Woche. Ja, und ich sage, das sind ja meistens die schlimmsten Fälle. Also da, wo wir irgendwo zwischen... Du meinst, maßlose Selbstüberschätzung? Ja, aber die schlimmen Fälle sind vor allem die Themen, die irgendwo zwischen Politik und Panorama hängen. Ja, da wird's bunt, ne? Und da ist eigentlich Donald Trump sowieso immer einzuordnen. Vor allem bunt trifft ja bei seiner Gesichtsfarbe eigentlich auch immer ganz gut zu. Das ist total witzig. Ich habe mich in den letzten Tagen mit Holzbeize auseinandergesetzt. Und das ist tatsächlich, also wenn du dir so die Nahaufnahmen von seinem Gesicht anschaust, ne? Ich glaube, der benutzt sowas. Holzbeize, aber halt einfach fürs Gesicht. Ja, das ist so ein ganz... Das ist ein Beauty-Tipp aus den 70ern. Ganz billiges Gelb irgendwie so. Ja, aber irgendwas ist so eine Mischung aus Gelb und Orange, oder? Ja, aber... Ja, ja, okay. Aber ich glaube, das ist auch durchgelutscht, das Thema. Müssen wir nicht drauf eingehen, ne? Aber er selbst findet sich ja schon ein bisschen gut. Das kann man ja schon sagen. Und das hätte jetzt aber nochmal eine ganz neue Dimension bekommen. Weil er hat, ich weiß gar nicht, ob auf Twitter oder Instagram, jedenfalls wurde von ihm gepostet, dass er ja eine große Ähnlichkeit sieht. Bei sich. Mit wem? Mit Elvis Presley. Richtig, mit Elvis Presley. Das ist völlig gut. Aber er hat es auch so toll formuliert, weil er meinte, das würden ihm ja schon die Leute seit Jahren sagen. Und deswegen wollte er das jetzt ja auch nochmal mit der Öffentlichkeit teilen. Da wäre ich nie drauf gekommen. Nein, also er sieht einfach nur aus wie Annoying Orange. Aber nicht wie Elvis Presley. Ja gut, hätte ich mich jetzt darauf vorbereiten sollen. Aber ja, sonst Annie und Bert sowas, ne? Gelb, Orange, irgendwas in der... Ja. Ja, also da sehen wir ihn vielleicht. Ja, ja. Gut. Ich meine, politisch ist es ja ultra traurig, was da abgeht, dass dieses Geronto-Gemetzel... Vor allem, dass... Also A, dass er halt jetzt wieder in den Ring steigen wird. Da laufen ja gerade auch die Vorwahlen. Aber ich glaube, man kann eigentlich schon als Gesetz annehmen, dass er auf jeden Fall dann für die Republikaner auch wieder als Kandidat antreten wird. Ja, aber ich meine, also politisch traurig, aber was ich eigentlich sagen wollte, für die Comedy-Branche ist es ja... Gold? Gold, gelbes Gold. Ja, ich frage mich, ist es das halt wirklich? Ist nicht schon alles abgenudelt? Aber wahrscheinlich nicht. Ich meine, die Witze, die waren ja jetzt auch, was, zwei Jahre oder wie lange ist Biden jetzt? Präsident? Präsident? Äh, drei. Drei Jahre schon. Guck mal, nach drei Jahren kannst du die Witze doch wieder auffrischen. Weiß doch keiner mehr. Ja, jedenfalls, ja, es könnte gut sein, dass er tatsächlich nochmal Präsident wird. Also wir hoffen es nicht. Aber, und das ist ja jetzt genau die nächste Frage, wer könnte ihm denn Paroli bieten? Ja? Also wer könnte das verhindern? Also, Joe Biden, ähm, eiert ja gerade so ein bisschen. Und es ist eigentlich auch total kurios, Trump schießt immer wieder, ähm, gegen den wohl tattrigen Biden. Er nennt ihn ja auch Sleepy Joe. Aber Trump hat halt auch, also hat halt eigentlich genauso viele Fauxpas, die ihm da passieren. Ähm, also so Dinge, wo er halt irgendwie Joe Biden und Barack Obama vertauscht, ähm, oder verschiedene Politikerinnen da Namen durcheinander wirft. Ähm, und am allerbesten eigentlich, er nannte jetzt vor einer Woche, glaube ich, war es, ähm, ein Intelligenztest, den er wohl vor, äh, vor vier Jahren gemacht hätte. Mhm. Ja, ähm, ja, weil er findet sich nicht nur, äh, persönlich sehr gut aussehend, sondern auch überaus intelligent. Überaus intelligent. Und da sagte er, er hätte an einem Intelligenztest teilgenommen. Ähm, aber Journalisten, ja, die halt aus der Rede, ne, er sagte, wann das war und wo, die wussten halt, ach, da, das war 2019, das war gar kein Intelligenztest, sondern das war der Montreal Cognitive Test. Und das ist ein Test zur Früherkennung von Demenz, ne, Alzheimer-Demenz, vaskulärer Demenz. Ja. Äh, ja. Den hat er aber auf jeden Fall mit Bravour gemeistert und nach seiner eigenen Aussage, das schafft kaum jemand, also. Ich wollte gerade sagen, er hat nur leider vergessen, was es war. Überraschung, ich hab den dir mitgebracht. Aha! Ja, ich hab den nur, ich muss mal eben in den Keller gehen, Moment. Ja, da ist er wieder. Hab ich doch tatsächlich vergessen. Ach, wunderbar. Ja. Ja, jetzt, ich muss nur ganz ehrlich sagen, ich hab ein bisschen Angst davor. Ja, ich hab gedacht... Denn mein körperlicher Zustand ist, wie gesagt, schwierig. Ja. Denn, äh, bis heute in die frühen Morgenstunden ja unterwegs gewesen. Ja. Deswegen sehr derangiert gerade und ich hab ein bisschen Angst, da durchzufallen. Ja, es ist gar kein Problem. Also du, wir verzichten mal da drauf, dass du deinen Namen, äh, schreiben musst. Also ich hab, ähm, wie machen wir das denn jetzt am besten? Eignet, das ist natürlich jetzt hier die Frage, ne, eignet sich dieses Format jetzt für einen Podcast? Nein, das tut es nicht, aber ich sag mal hier, ähm, benennen von Tieren. Ja. Trau ich dir zu. Ja, okay. Ja. Eine Uhr zeichnen ist für den, für den Hörer, für die Hörerin schwierig. Ja. Ähm, ich sag mal so, wir gehen mal zu Gedächtnis, ja? Mhm, ja. Du liest jetzt eine Wortliste vor. Ja. Und, ähm, und zwar sind da, und die musst du nachher nochmal wiederholen. Ja. Ja, sag ich dir jetzt mal so. Aber du liest mir die jetzt mal vor. Ich soll diese Wörter jetzt hier einmal vorlesen. Richtig, ja. Also Gesicht samt Kirche, Tulpe, Rot. Sehr schön, danke schön. So, dann, ähm, möchte ich, dass du mir genau diese Zahlenfolge vorliest. Das soll ich mir jetzt alles hier merken, oder was? Ach, du Heiliger. Also hier, das hier, die, äh, 93, 86, 79, 72, 65. Ist es das? Nee, das war's nicht. Egal, was waren denn die, die Wörter? Ah, ha, 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 ha. Ja, ja, äh, Tulpe war dabei. Ja. Rot war dabei. Ja. Kirche. Mhm. Äh, Samt war auch noch dabei. Ja. Und das andere hab ich vergessen. Ja, siehste, also du bist quasi schon, äh... Ist man damit schon durchgefallen? Weiß ich nicht, gefährdet. Oha, ehrlich. Ja, ich weiß es nicht, ich hab da mich auch nicht mit beschäftigt, ich hab das nochmal ausgedruckt, ne? Die Frage wäre, ähm, was passiert, wenn man mehr als zwei Wörter vergisst? Ist man da wirklich schon stark gefährdet? Ja. Ich weiß es nicht, aber hier ist zum Beispiel auch Buchstabenliste vorlesen, ein Buchstabe pro Sekunde, das ist dann F, B, A, C, M, N, A, A, J, K, L, bla, bla, bla. Ne, und, ähm, stell dir vor, da sagt jetzt einer ja, wiederhole ich jetzt mal alle. Ja, muss ich sagen, durchgefallen, ne? Und, äh, hier, äh, 2, 1, 8, 5, 7, 4, 2, ja, sag die jetzt mal rückwärts. Ne, schuldige. Also, das muss ich wirklich ablehnen. Also, vielen lieben Dank, dass du's mitgebracht hast. Ja, kein Problem. Ja, werde ich heute Abend vielleicht nochmal so heimlich zu Hause im stillen Kämmerlein. Nochmal üben. Wenn ich, ne, wieder beim Thema Auto, Voyeurismus unterwegs bin, da werde ich mich dann nochmal ranwagen. Aber ich hab irgendwie das Gefühl, ich war da jetzt gerade nicht auf so einem richtig guten Weg, ne? Was ist denn dein Lieblingstier? Ähm, schwierig. Ich hab irgendwie ein schwieriges Verhältnis zu Tieren. Also, ja, ich bin jetzt auch nicht so der Hunde-Fan. Äh, ehrlich gesagt, find ich Schildkröten gut. Find ich auch, ja. Ja. Also, das wär mein Lieblingstier. Ja, stimmt. Aber inwiefern steht das jetzt im Zusammenhang mit dem Test? Überhaupt nicht. Sag nochmal die Wörter. Keine Ahnung. Samt, Tulpe, Rot, Kirche. Ja. Okay. Ich würde sagen, damit springen wir weiter. Jetzt ist, jetzt ist ein Punkt, den wir allerdings noch machen müssen hier in der politischen Woche. Ja. Weil. Ach ja. Genau. Wir haben ja gesprochen, vorhin, über Donald Trump. Und es ging ja ein bisschen um die Frage, nicht nur, ob er dement ist oder nicht. Sondern wer schmeißt sonst den Laden, ne? Richtig. Also, wer könnte ihm Paroli bieten? Ja. Und du hast ja schon gesagt, ja, Joe Biden wird ja immer mal wieder damit konfrontiert, dass er auch schon mal den einen oder anderen Fauxpas sich leistet. Oder dass er hier und da mal pupst. Hier und da mal pupst und auch vielleicht sonst nicht mehr der Allerfetteste ist. Und ja, da war so ein bisschen die Frage, wer könnte es denn sonst machen bei den Demokraten? Michelle Mabel. Ja, tatsächlich. Das ist jetzt hier das neueste Gerücht, dass nämlich Michelle Obama in den Ring steigen könnte. Und ja, das wäre in der Tat spannend. Ja, und Michelle Obama wäre halt auch wie so eine, ja, wie so eine, wie die Hillary Clinton, aber von der guten Seite der Macht. Ja, wollte ich gerade sagen, die bessere Hillary, oder? Ja, voll. Also, ohne merkwürdige Beck-Geschichte. Ja. Und einfach tausendmal sympathischer, oder? Klar. Also, alle Leute in den USA lieben doch einfach die Obamas. Klar. Da habe ich mir nur halt auch, also ich habe schon auch überlegt, es wäre halt auch tragisch, wenn die jetzt quasi gegen Trump verlieren würde. Ja, das wäre wirklich tragisch. Also, das ist halt wie, wenn du jetzt gegen eine Schildkröte beim Skispringen verlierst. Ja, das wäre auch tragisch. Wobei ich mir gerade vorstelle, wie man das umsetzen könnte. Ja. Also, mit einfach so einer arglosen Schildkröte wird da einfach auf so Skier geklemmt und los geht's. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, bei einer Schildkröte wird es schwierig mit dem Telemark. Also, weißt du, mit der guten Landung am Ende. Telemark heißt das? Ja, das ist so ein Ausfahrschritt. Ja, kann man auch mal googeln. Ja, alle, die jetzt hier gerade durch unsere Folge auch inspiriert wurden, sich auch mal mehr und näher gehend mit dem ganzen Thema Skispringen auseinanderzusetzen. Kann man mal googeln. Telemark, guckt man sich mal an. Das ist, wie gesagt, so ein Ausfahrschritt. Und da sehe ich wirklich gerade bei der Schildkröte einen Nachteil. Also, da glaube ich, die Landung kriege ich dann vielleicht doch besser hin. Also, ich glaube, am schwierigsten wird die Einverständniserklärung der Schildkröte. Ja, ja. Das wird schon der erste Stein sein. Ja, schwierig. Hast du recht. Aber okay, wo waren wir stehen geblieben? Michelle Obama. Wäre eine, fände ich cool. Ja. Also. Ich glaube, die können es auch machen. Also, da sehe ich auch deutlich bessere Chancen, ehrlich gesagt, als bei Joe Biden. Ja. Weil, ja, ich weiß nicht. Also, da fehlt mir ein bisschen auch die Dynamik. Und die würde die genau reinbringen. Ja, die hat irgendwie Zugang zu einer jungen Zielgruppe. Also, man muss ja schon sagen, es ist ein bisschen lustig, sind so Verleser von Biden schon, wenn der vom Teleprompter so Szeneanweisungen mitliest. Also, ja. Ich fand am besten übrigens, das gibt es auch natürlich als Meme, wo er irgendwo bei so einem Bürgertreff oder so ist und dann ist da irgendwie so ein Mädchen und er dieses Mädchen anspricht und dann irgendwie so, how old are you, 16? Und sie so, no, 6. Ja. Ja, das finde ich schon gut. Ja. Also, das ist schon ein kleiner Unterschied, oder? 6 oder 16? Ja. Also, den Unterschied sollte man auch mit Anfang 80 noch sehen können. Ja, gut. Vielleicht kann der auf der anderen Seite das hohe Alter viel besser einschätzen. Genau, also der sieht diese Nuancen zwischen 80 und 81. Ja. Ah, sie sind 79 Jahre alt, 4 Monate und 13 Tage. Genau, da kann er das auf Tage genau. Ja, ja. Nur er hat vorne, also im Anfang des Lebens, da hat er so seine Schwierigkeiten. Ja. Also, wir halten fest. Michelle Obama und ich bin ja großer Bernie Sanders Fan. Falls man doch einen alten Mann, alten weißen Mann haben will, dann Bernie Sanders. Ja, also wenn die Amerikaner es einfach nicht übers Herz bringen würden, irgendjemand anderen zu installieren als einen weißen alten Mann, dann auch gerne Bernie Sanders. Aber da ist die Frage, ist der dann eigentlich der Älteste der drei? Kann sein. Ich glaube ja, ne? Weiß ich nicht, aber von seinen Ideen ist er auf jeden Fall der Jüngste. Ja. Er hat ja tatsächlich auch eine relativ junge Fanschaft, glaube ich. Ja. Ja, okay, bleibt abzuwarten, wir bleiben dran. Und wenn es News gibt in Sachen Michelle Obama, sind wir die Ersten, die auf jeden Fall darüber berichten, ganz klar. Unser Büro in Washington wird uns berichten. Ja, du weißt ja, wir haben ja hier seit Jahren auch den Carter, der als unser Bürohund, ja, hier Tatkräftige auch bei der Redaktion unterstützt, Bürohund Carter. Und der ist ja mittlerweile unser Korrespondent in Washington. Ja, wissen die wenigsten, aber ist tatsächlich so. Also lange Zeit hat er hier ja in Düsseldorf in der Agentur gearbeitet, jetzt wie gesagt mittlerweile in Washington aktiv. Wow. So. Und damit gehen wir noch weiter zu einem anderen Thema in der politischen Woche. Und zwar müssen wir mal wieder sprechen über die Ampel, ja? Man hat das Gefühl, die Auflösungserscheinungen treten mehr und mehr zu Tage. Und es gibt einen Riss, ja? Einen Riss, nämlich zwischen FDP und den Grünen. Ich glaube, zwischen Robert Habeck und Christian Lindner, da wird auch nur noch höchstens per Dosen-Telefon kommuniziert. Also, ja, und, oder, nee, da schreibt man sich, glaube ich, nur noch Briefe. Aber über den Anwalt, ne? Ja, per Mail, ja. Und. Nee, tatsächlich per Brief, ja. Ja, per Brief, ja, klar, aber über den Anwalt. Einschreiben mit Rückschein. So. So, sehr stil, echt. Ja, aber der Kubicki. Ja, Kubicki, wie ihn seine Fans nennen. Kubicki. Der ist jetzt nochmal auffällig geworden. Ja, der hat doch nochmal, der hätte ja auch Öl ins flammende Feuer gegossen. Richtig, denn es war bei irgendeiner, ich glaube, Karnevalsveranstaltung auch, wo er dann auf der Bühne stand. Orden widerländischen Ernst. Da war das. Ich meine, ja. Und da wurde er nämlich gefragt. Oder? Ich glaube, ja. Ja. Ich weiß gar nicht so ganz genau. Es ging so ungefähr darum, wenn er Kapitän wäre, ja, des Schiffes Ampel, was würde er anders machen? Und da hat er nämlich gesagt, ja, zuerst würde er einen sicheren Hafen ansteuern und. Oh, diese ganzen Wortspiele tun so weh. Und dann würde er aber einfach die Mannschaft auswechseln. Das war so großartig. Weil man sieht ihn so auf der Bühne. Natürlich tosendes Gelächter. Und dann aber einfach so Gegenschnitt auf Christian Lindner, der im Publikum saß. Und der guckt nur so kurz rüber. So ein kurzes Side-Eye. Einfach nur einmal kurz so rüber geguckt. Und man konnte wirklich mit dieser ganz kleinen Geste, konnte man sehen, was in ihm vorging. Der hat sich nämlich auch einfach nur gedacht so, alter, hat er nicht gesagt, oder? Hat er nicht gesagt. Hat er nicht. Ja, also Wolfgang Kubicki ist so ein bisschen... Der ist ja sogar Kapitän, ne? Ist er wirklich? Der hat eine Yacht, ja. Ach nein. Und jetzt rate mal, einmal, wie heißt seine Yacht? Wie heißt das Boot? Baby. Nee. Nee, nee. Inhaltlich schon näher dran. Aber ist nah dran, oder was? Nee. Ist inhaltlich an seiner Partei dran. Ah, okay. Äh, Freiheit. Das Schiff heißt Liberty. Ja! Arsch! Oh Mann, ey. Oh, großartig, ey. Großartig. Und zwar ist das natürlich eine Elfmeter Motorjacht. Ja, sicher. So, sowas wie, da wo wir gehupt haben, sowas in die Richtung. Und da war er doch tatsächlich auch mit unterwegs, mit so ein paar Politikern und ist dann da doch hängen geblieben. Irgendwie, weiß ich, ein Wasserfilter mit Algen vollgesaugt hat und dann ist der Motor heiß geworden. Ach, okay. Heißt, er ist liegen geblieben. Die sind mit dem Boot liegen geblieben, ja, als er Kapitän war. Und, aber, pass auf, der Gag ist, es war nicht so, dass sie wirklich in Seenot waren, sondern der Motor ist nur heiß geworden. Also, ne, bisschen heißer geworden. Die hätten in langsamem Tempo zurückfahren können. Mhm. Aber, da sie noch einen Termin auf der Gorch Fock hatten, ja, wurde da die Seenotrettung gerufen, die sie dann mit dem Speedboot abgeholt haben. Stark. Um dann nur mit einer Gesamtverspätung von 15 Minuten doch noch auf der Gorch Fock anzukommen. Das ist mal ne Seenotrettung, die nicht nötig gewesen wäre. Also, das sind wirklich, da gehen sie hin, die Steuergelder. Richtig, von tief an oben, mit ihren Superjachten, auch wenn 11 Meter jetzt nicht so super ist, aber gut. Da, da mussten sie gerettet werden. Ja, aber wusste ich nicht, aber ich finde, das passt auf jeden Fall gut zu ihm. Ey, kommt der ja oben auch, glaube ich, von der See, der wohnt doch auch, glaube ich, auf irgendeiner Insel. Ja. Der hat auf jeden Fall noch ne Wohnung in Malle. Ja. Ja, aber das wird nochmal hier nachrecherchiert, knallhart nachrecherchiert. Aber das ist so, das muss immer so teurer Wein sein und so, der ist immer so, immer alles vom Feinsten. Es gibt so, weißt du, ich finde ja alles irgendwo cool, ne? Es gibt auch Leute, die sagen... Das ist aber auch eine spannende Aussage. Ich finde alles irgendwie cool. Ja, weil, du kannst auch, also ich finde auch Wein toll. Du kannst dich auch für die schönen Dinge des Lebens begeistern, willst du sagen. Genau. Ich kann mich auch für Luxusartikel begeistern und nicht, dass ich mir die dann unbedingt kaufen muss, aber ich kann, also, die Uhr, alles, solange es kein Statussymbol ist. Ah ja. Also, weißt du, wenn du jetzt einen super teuren Wein trinkst und du sagst, das ist mein Luxus, das gönne ich mir jetzt. Andere fahren den Skiurlaub, ich hole mir lieber eine Woche lang. Ich bleibe zu Hause auf der Couch, weil wir wissen ja, das ist dein Thema, und hole mir da jetzt mal eine teure Flasche Wein hin. Mein natürliches Habitat, so, genau. Bei mir sind, ich mag die kleinen Dinge, so, und die können dann auch hier und da mal größer sein, so, ne? Die kleinen Dinge. Mhm. Ja, okay. Also, ich sehe es ein, sagen wir mal, für 35 Euro eine Flasche Champagner zu kaufen und dann zum Geburtstag macht man die auf und dann genießt man die einmal richtig, weil das ist eine leckere Sache. Aber, nicht so, würde ich in einem Restaurant nicht machen, weil die kostet dann ja, im Restaurant kostet die ja... Zehn mal so viel. Ja. Ja. 90 Euro, ich bestell mir auch nie ein Steak in einem Restaurant, weil, also für weniger als die Hälfte kannst du dir halt das beste Top-Bio-Fleisch im Rewe kaufen oder beim Metzger oder irgendwo. Kannst du dir selber ein richtig geiles Steak machen. Ja, jetzt würden natürlich viele wahrscheinlich sagen, dafür hast du natürlich in einem Restaurant den Vorteil, der Küchenchef, der Maitre, der macht dir das ja nochmal auf eine ganz besonders tolle Art und Weise. Ja, das kann ich auch. Gut, aber das ist vielleicht hier das Nächste, ja, die Kochschule mit Carsten. Also, Carstens Kochschule. Also, ich glaube, da wirst du jetzt hier viele Anfeindungen bekommen. Wir haben ja auch viele Köche in der Community, ne? Ja, wir haben viele Skispringer, wir haben auch viele Köche und deswegen warte... Aber ich lasse mich gern auf den Diskurs ein, weil ich finde auf jeden Fall, dass der Koch, das ist ein sehr ehrbarer Beruf und es gibt definitiv Sachen, die kann ein Koch besser. Ja, okay, das ist ja hier Bold Statement schon mal. Ja, auf jeden Fall. Also, ich will nicht sagen, das ist alles Quatsch, kann man doch selber machen, aber was, glaube ich, dem Koch auch wichtig ist, dass halt Nahrung mehr gewertschätzt wird. Ja, dass man, dass das Kochen wieder mehr zu Hause passiert, generell, dass weniger Convenience-Food gegessen wird, dass mehr auf Regionalität und so weiter geachtet wird. Wie sind wir eigentlich da jetzt hingekommen? Also, ich habe das Gefühl, wir sind hier irgendwo abgedriftet. Wir waren ja eigentlich gerade noch bei Wolfgang Kubicki. Ja, ja, genau. Aber das ist so ein Typ, der trinkt halt Wein, weil der teuer ist und nicht, weil der gut ist. Aha, so. Er kauft noch Bilder, weil die teuer sind, nicht weil die schön sind. Wir sind jetzt gerade schon einen relativ langen Umweg gefahren, um zu dieser Aussage zu kommen, aber jetzt habe ich es verstanden. Also, wenn ich der Kapitän dieses Schiffs wäre, dann würde ich eine Ehrenrunde fahren. So, ja, verstanden. Okay, aber ich glaube, Wolfgang Kubicki, der ist das sogenannte Zünglein an der Waage der Ampel. Also, der reißt, glaube ich, der ist, der brettert einmal mit der Yacht durchs Wattenmeer und zack, Ampel kaputt. Glaube ich nicht. Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass die Kollegen den so ernst nehmen. Nee? Schon wieder so ein alter weißer Mann. Der ist auch schon 71, ne? Ist er? Ja, hier, Demenz fängt schon in dem Alter an, ne? Ja, gut. Wir waren ja gerade beim Thema, also... Vielleicht schicken wir ihm auch mal das Ding zu, ja? Den Fragebogen. Ja. Okay, ich würde sagen, damit auch hier Case Closed. Du sagst es, niemand wird ihn ernst nehmen, der hat der Ampel. Aber trotzdem hat man den Eindruck... Ich habe auch noch überlegt, weißt du vielleicht, also, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber unser Bundeskanzler und Christian Linden haben sich ja jetzt auf den Weg gemacht, müssten so in 10 Tagen, 2 Wochen, müssten die jetzt in der Karibik ankommen. Da sind die zusammen unterwegs, oder wie? Ja, die segeln ja jetzt zusammen. Ach, nein. Ja, doch, weil die jetzt zusammen... Ach, das hatten wir ja vorgeschlagen. Wir hatten das vorgeschlagen. Als Paartherapie. Und ich wohne ja hier in Düsseldorf und schräg gegenüber wohnt ja der, gehust halt, der Christian Lindner und ich hatte das mit dem, der hatte gefragt, was ist denn das Charterunternehmen da des Vertrauens und so und der hat dann mit Olle Scholz, hatte dann... Die sind jetzt los, auf jeden Fall. Die sind los, okay. Das ist doch toll. Ich finde es toll, auch wenn wir hier Tipps geben und die auch direkt umgesetzt werden. Umgesetzt werden, ne? Klasse. So, und ich habe überlegt, weißt du, so ein Kubicki, der würde zwar, der würde den ganzen Plan kaputt machen, aber der könnte ja mit seiner Yacht einfach hinterher fahren. Der bleibt zwar liegen zwischendurch, das ist ja eine Motorjacht, aber vielleicht ist das ja auch für die Ampel eine gute Sache. Das wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Ich sehe die nächste Seenotrettung schon kommen. Übrigens noch ganz kurz zum... Vielleicht sammelt der ja Meilen. Ganz kurz noch zum Thema Olaf Scholz, weil da habe ich doch diese Woche auch einen interessanten Post gesehen. Ich habe es auch direkt bei uns in die Story gepackt und zwar... Olaf Scholz sieht aus wie Ulu Lindenberg. Nein, aber es gibt eine Person. Ich glaube, Chris Coons heißt der, ein US-Senator. Der wiederum sieht einfach eins zu eins aus wie Olaf Scholz. Ja, habe ich auch gesehen. Die beiden fanden es aber auch sehr lustig und haben dann jetzt auch Selfies zusammen gemacht. Und ja, man hat sich gefreut, auf jeden Fall sich wiederzusehen. Weil es war wirklich wie so ein Doppelgänger-Treff. Das habe ich auch gesehen. Das fand ich toll. Hey, zu welchem Friseur gehst du, Mann? Ja. Krass. Da übrigens nochmal, sehr lustig, wer mal in Hamburg-Ottensen unterwegs ist, da gibt es nämlich den Friseur von Olaf Scholz. Und haben wir auch hier im Podcast schon mal kurz drüber gesprochen. Da am Friseursalon angeschlagen sind dann auch die verschiedenen Frisuren von Olaf Scholz über die Jahre. Da gibt es Olaf 1, nämlich damals so aus den 80ern, so mit Afro, Afromäßiger Lockenkopf. Dann Olaf 2, das ist dann eher so schütteres Haupthaar, mittellang. Und dann Olaf 3, die jetzige Frisur. Ja. Einfach so schön der Haarkranz, ne? Das, was noch übrig ist. Genau. Schönes Resthaar. Ja. Ja, und damit würde ich sagen, springen wir auch in die letzte Kategorie der heutigen Folge. Ich hoffe es. Hörst du da was? Ich höre es. Ja, 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 ja. Dschungelbuch. Neues aus Down Under. Ja, und wir sind ein letztes Mal, schlagen wir das Dschungelbuch auf, denn Ibis. Es ist vorbei. Ibis. Deutschland ist Dschungelkönig. Ja, richtig. Wir sind Dschungelkönig. Genau, wir sind Dschungelkönig. Ja. Und wir haben vor allem Gold richtig gelegen. Gendern die eigentlich? Sagen die dann DschungelkönigInnen? Ne, das glaube ich auf gar keinen Fall. Also RTL wäre jetzt auch nicht hier sein Stammpublikum irgendwie vergraulen, ne? Bist du verrückt? Ja, ich fände es aber mega witzig. So, hä, wie soll man das denn lesen? Also das macht ja die Sprache richtig kaputt auch, ne? Jedenfalls, ja? Ja. Wir lagen Gold richtig, denn wir haben ja, als wir hier reingestartet sind, mit der ersten Folge direkt auch schon Tipps abgegeben, wer es am Ende werden könnte. Wir haben von Anfang an gesagt, Michael Kessler macht's. So, du hast gedacht, Fabio Knez hat gute Außenseiterchancen. Er ist auch verhältnismäßig weit gekommen. Ja, er hat selber ja gesagt, es hat in der Geschichte des Dschungelcamps noch nie ein Staubsaugervertreter hat es so weit gebracht. Und damit hat er recht, ne? Damit liegt er auch goldrichtig. Aber gewonnen hat am Ende Lucy, ne? Von den No Angels. Und, ähm, ja, da hab ich ja direkt gesagt. Die Deutschen lieben einfach die No Angels oder haben sie geliebt und deswegen für mich überhaupt kein Wunder. Das ist eine ganz tief verwurzelte Liebe. Ja. Und das, das zeigt auch nochmal die Wertschätzung, ne? Einer solchen Starin. So. Also wenn du das nämlich so siehst, das andere sind ja nur so Eintragsfliegen, so Influencer. Ja, ja, kommst du heute, bist du morgen wieder weg. 24 Tim hat's auch ins Finale geschafft. Ja. War auch bis zum Ende mit dabei. Ähm. Ja, aber Lucy war doch, ne? Lucy hat abgeliefert. Ich hab das Finale tatsächlich in voller Länge auch gesehen. Mhm. Und da hat sie nochmal richtig abgeliefert. Ich auch. Du kennst mich ja. Ich hab jede Folge, hab ich ja aufgesucht. Du hast schon morgens, wenn du aufgestanden bist, hast du dich abends aufs Dschungelcamp gefreut, ne? Ja, ja. Ja. Jetzt ist vielleicht auch so ein bisschen die Frage, A, wie geht's jetzt bei Lucy weiter? Ist es nochmal so ein richtiger Karrierebooster? Denkst du, sie geht jetzt vielleicht auf Solotour? Hm, also, ich weiß nicht, hier der, bei mir im Studio ist ja auch der Markus Scheltinger. Ja. Der weltberühmte Posaunist. Und ich, wir beide, haben uns vorgenommen, also, was heißt vorgenommen? Wir machen. Ja. Auch Musikproduktionen, wir machen aber auch professionelle Comeback-Sabotage. Ah, professionelle, warum Sabotage? Ähm, im Prinzip, also du kannst zu uns kommen als so ausgebranntes Licht. Mhm. Am Horizont. Und auch so ein bisschen Glimmen, das letzte Glimmen noch da ist. Genau. Und wir können halt, also wir machen, wir machen eine Produktion, ne? Wir machen Marketing, Social Media, alles, ne? Rundum-Sorglos-Paket. Das Rundum-Sorglos-Paket, aber das geht auf keinen Fall auf. Also das ist... Also eher ein Rundum-Sorglos-Paket, aber mit Sorgen. Genau. Aber im Prinzip, Zielgruppe ist so, sagen wir mal, Universal. Ja. Die sitzen da so und dann heißt es so, Lucy, ja, die haben wir jetzt noch vier Jahre an der Backe. Die geht uns jetzt auf den Nerv, die will unbedingt ein Comeback haben, passt uns aber gerade nicht in den Plan. Wir machen gerade nur Cloud-Rap und Schlager. So. Und will die beides nicht machen, wie kriegen wir, wie werden wir die jetzt los? Und da hebt ihr die Hand? Professionelle Comeback-Sabotage, Scheltinger-Wegner, gar kein Problem. Und dann kann die zu euch kommen. Aber was ist das Sabotage-mäßige daran? Das Produkt, das wird nicht zünden. Ah, okay. Also es wird so ein absoluter Crap-Song? Nein, 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 wir machen dann ein Jazz-Album mit der. Ah, so. Ja. Jazz, Free Jazz. Weiß ich nicht. so eintönige, also so Krautrock, ja? Ja. Rumänischen Hardcore-IDM. Ja, aber auch da sage ich dir ganz ehrlich, es gibt für alles eine Zielgruppe. So, ja. Und wenn man es gut anmoderiert, dann kann ich mir vorstellen, kann auch eine Lucy das zum Erfolg bringen. Ja, aber auch da würde niemand von wirklichem Comeback sprechen, weil die meinen ja immer, den Comeback auf die große Leinwand, ja, auf die Boulevardblätter, das können wir erfolgreich verhindern, wenn gewünscht, ja? Also was ihr vor allem sicherstellt, das würdest du sagen, ist, das wird jetzt nicht in großartige Download- oder Verkaufszahlen münden. Nee, nee. Sondern wirklich... Das wird ein qualitativ-musikalisch sehr hochwertiges Produkt. Ja. Das interessiert aber keinen. Genau. Also komplett vor allem vorbei am Markterfolg. Also garantiert kein Erfolg ist euer Erfolgsversprechen. Wir setzen zum Beispiel alles auf MySpace. Ja. Bandcamp, MySpace. Das ist eure Marketingstrategie. So. Facebook ist das Höchste der Gefühle. Ja, ja, ja. Okay. Brauchen wir nicht. TikTok, so was. Brauchen wir nicht. Das sind Eintagsfliegen. Ja. Oder wie Homer Simpson gesagt hat, das Internet, das gibt's noch. Print ist das neue Internet. Ja. Print, Radio, TV. Da wird erstmal eine Anzeige gebucht in der Prisma. Ja. In der Hör zu. Ja. Okay, alles klar. Also da ist auch ein bisschen jetzt als Shoutout zu verstehen. An die Plattenlabels der Welt. Professionelle Comeback-Sabotage. Ja. Scheltinger Wegner. Bitte melden. Bitte melde dich. Okay. Ja, sehr schön. Gefällt mir. Aber ich will nur noch mal ganz kurz in diesem kleinen Werbeblock hier sagen, der Künstler an sich, ja, den wir da sabotieren, der kann sich am Ende des Tages trotzdem in den Spiegel schauen, weil der hat eine tolle Jazzplatte gemacht. Ja, genau. Das ist, wie gesagt, wir machen nicht jetzt extra Blödsinn, sondern wir machen schon was Schönes, was dennoch niemanden interessiert. Ja, das finde ich toll. Ja. Ich bin gespannt, wer da demnächst so in euren Klientenkreis einsteigen wird. Also wer sich jetzt auch angesprochen fühlt dadurch. Also toll. Vielleicht ganz kurz als letztes, wen wollen wir nächstes Jahr im Dschungelcamp sehen? Gibt es da schon eine Prediction unsererseits? Ja, wie hieß er nochmal vom Boot? Ja. Harald Schmidt? Nee, nee, nee. Vom Traumschiff? Nein. Nee, ich meine jetzt der, der dieses Jahr dabei war mit dem nach außen gestülpten Bauchnabel. Heinz Hönig. So, anstelle von dem Wolfgang Kubicki. Ja, man braucht ja auch immer einen etwas älteren Teilnehmer. So, ja. So, und Wolfgang Kubicki, den würde ich das sehen. Vor allem, dann ist ja mutmaßlich auch die Ampel vielleicht schon Geschichte. Ja. Und, ja. Und da würde ich halt mal gerne mal sehen, wie der auf seinen Luxus verzichten kann auch. Ja. Also, ich meine, wenn ich es schaffe, eine Woche lang in einem Spinn zu wohnen. Dann sollte der ja ein paar Tage Dschungel hinkriegen. Ja, schon. Da ist ja so das Ding, die dürfen ja immer zwei Luxusgegenstände mitnehmen. Ja. Kann man da auch dann sagen, streng genommen, ich nehme eine Yacht mit? Ich wollte auch gerade sagen, ich nehme eine Yacht mit und ein Playboy. Eine Yacht und wirklich 14.000 Euro teuren Jahrgangsschampagner. Ja. Eine Fabrik aber davon, ne? Ja. Ich nehme meinen Koch und meinen Winzer mit. Ja. Das ist immer so, wie die Leute, die gesagt haben, was würdest du dir denn wünschen, wenn du drei Wünsche frei hättest? 15.000 neue Wünsche. So. Ja, ausgedribbelt, ne? Ja, ja, ja. Das Thema ausgedribbelt. Okay. Ja, also Wolfgang Kubicki, freuen wir uns drauf. Haben wir vielleicht noch eine weibliche Teilnehmerin, die wir gerne sehen wollen nächstes Jahr? Vielleicht auch Leute, die du so bei, du hast ja große Recherche, wie gesagt, gemacht beim Thema Wiener Opernball, die da irgendwie über den Weg gelaufen ist. Vielleicht Sandy Meyer-Wölden, wenn das Thema mit... Hey, sagst du ja nochmal. Ja, Olli Pochers neue Podcast-Partnerin. Ja. Aber Sandy Meyer, warte mal, warte mal. Hat die nicht auch... Irgendwas klingelt da bei mir. War auch mal mit Boris Becker liiert, genau. Genau, ja. Oder was richtig lustig wäre. Ja. Oliver Pocher und alle Ex-Freundinnen von dem. Das könnte ein eigenes Sendungsformat sein. Vielleicht irgendwie so wie bei der Bachelor. Nur halt anders. Und ich glaube, da würde es dann in der Show auch nicht darum gehen, der Person zu gefallen. Nee, der, sondern der zu schaden, ne? Genau. Ja, also so umgedrehtes Prinzip. Ja, ja. Also, dass man die Person dann so richtig fertig macht. Ja, ja. Wie heißt das hier nochmal da mit dem... Nee, egal, komm. So ganz intime Storys werden dann ausgepackt und so weiter und so fort. Ich meine, außerdem haben sich doch alle beschwert jetzt, dass das Dschungelcamp nicht aggressiv genug war. So. So, da ist ja zu wenig abgegangen. Ich meine, die haben ja denen ja schon die Zigaretten entzogen. So, genau so könnte man es machen, ne? Also, hier waren wieder super Tipps dabei. Wir haben unser Serviceangebot, finde ich, heute wieder sehr ernst genommen. Man hat gemerkt, an ein, zwei Stellen, da sind wir heute ein bisschen in komische Rabbit-Holes, haben wir eine komische Abzweigung genommen. Hier und da auch mal ein bisschen im Kreis gefahren heute, aber so ist das halt, ne? So ist das, wenn man halt auch so ein Karnevalswochenende hinter sich hat. Klar. Deswegen, nächste Woche, da sind wir wieder etwas geradliniger. Da sind wir wieder unverkatert. Aber in diesem Sinne küssen wir eure Augen. Tschüss. Ciao. Zeitgeist und Wunderlich ist eine Produktion der Wildwood Studios. Musik von The Bugs. Luis Malkowski, Kaspar Schätschowski und Jasper Mößlein. Neue Folgen immer montags, überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Mario Velvo. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend und empfehlen Sie uns weiter. Musik von The Bugs. Musik von The Bugs. Musik von The Bugs. Musik von The Bugs. Musik von The Bugs.